Herzlich Willkommen in der Geschäftsstelle der Piratenfacherin. Hier haben wir unseren Bespannungsraum. Hier werden wir unsere Vorstandssitzung abhalten. Hier haben wir kleinere Arbeitsgruppen, wo nicht ganz so viele Piraten kommen. Wir haben hier draußen unseren Raucherbereich eingerichtet. Ich fühle mich diskriminiert. Ich als Raucher muss hier draußen frieren. Werden da dürfen die nicht Raucher, die dürfen schön im Warm sein. Ich prangere das an. Ich finde es nicht gut. Ich finde es nicht gut. Wirklich nicht. Jetzt kommen wir zu einem kleinen, nicht öffentlichen Bereich. Das hier wird in der offiziellen Landesgeschäftsstelle. Hier haben wir noch eine kleine Ecke. Die gehört hinter dem Besprechungsraum. Hier wird mal die Schaltzentrale der Geschäftsstelle eingebaut. Unser Netzwerk-Verteilensystem. Hier das Buffet. Und das wird jetzt hier unser Hauptarbeitsraum. Hier werden wir Podiumsdiskussionen mit insgesamt 45 Teilnehmern machen können. Wir werden hier unsere Abwärtsgruppen halten. Und werden dann von hier aus die Welt offensichtlich verhindern. Ja, das sagen Sie mal. Okay. Das war ein bisschen zwei. Wir sind auch Leute da, und eine Darstellerin, die das Thema finden, das war ganz am Schluss. Das hat, ähm ... Ja, eigentlich wollte er was zum Dummes nicht sagen, weil er ja das letzte Mal war, aber es war gar nicht so ein Thema und er hat ja zunächst gesagt, es wäre noch besser, weil der Wolf ist ja eh so wichtig. Vielen Dank.